Damit ihr wisst, wie wir denken und was wir glauben, haben wir hier an dieser Stelle ein Glaubensbekenntnis für euch vorbereitet. In dem wir einfach die Dinge, die uns wichtig sind und die wir glauben, kurz aufgeführt haben. Es basiert auf dem apostolischen Glaubensbekenntnis der alten Kirche. Wer damit etwas anfangen kann, wir sind Christen, die von pietistischem Hintergrund kommen, evangelikal geprägt sind und charismatische Erwartung haben, was Gott für uns tun wird. Wir glauben nicht an Institutionen, wir glauben nicht an Menschen, aber wir sind gewiss, dass die Bibel Gottes inspiriertes Wort ist und dass er uns darin alles offenbart, was für uns wichtig und notwendig ist. Das Wichtigste für uns ist, dass wir wissen, dass Gott mit uns in einer persönlichen, engen, intimen Liebesbeziehung leben will und dass es gut ist, Menschen in eine solche Beziehung zu ihm einzuladen. In dem Sinne glauben wir, Gott hat mehr für dich.